Dieser Mann hat den längsten Rollator der Welt. Der Mann ist Brite, ein gewiefter Tüftler und Bastler und will mit seinem Gefährt den Guinness-Weltrekord für den längsten Rollator aufstellen. Und die Länge kann sich sehen lassen. Sein Mega-Roller misst satte 6 Meter. Der selbstständige Designer und Bauunternehmer hat bereits den schnellsten Schuppen und die schnellste Schubkarre gebaut. Und auch den Rekord für den Rollator will er sich schnappen, denn der bisher längste Roller kam nur auf schlappe 3,15 Meter. Um den Guinness-Weltrekord offiziell zu brechen, muss der Roller ohne Räder in der Mitte sein und mindestens 100 Meter weit fahren. Er ist eben ein echter Rekordmann und hat den längsten Rollator der Welt. Übrigens, billig ist er auch noch, denn das gesamte Bastel-Tüftel-Projekt hat nicht mehr als knapp 200 Euro gekostet. Und das gesamte Bastel-Tüftel-Projekt hat nicht mehr als knapp 200 Euro gekostet.